Jena wählt. Direktkandidatin für die Landtagswahl im Interview. Heute Dr. Gudrun Lukin, Die Linke. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Jena wählt. Wir stellen Ihnen die Direktkandidaten für die Landtagswahl vor und sprechen heute mit Dr. Gudrun Lukin von der Linkspartei. Frau Dr. Lukin, herzlich willkommen im Jena-TV-Studio. Vielen Dank für die Einladung und ich möchte ebenfalls ganz herzlich die Zuschauerinnen und Zuschauer von Jena-TV begrüßen. Sie haben 2009 das Direktmandat in Jena gewonnen gegen den damaligen CDU-Kultusminister, sind langjährige Stadträtin. Wo liegen denn Ihre persönlichen Stärken? Das ist immer schwierig, über Stärken und Schwächen zu sprechen. Ich engagiere mich gern im Ehrenamt. Ich versuche, Probleme zu lösen, ihnen auf den Grund zu gehen, sie öffentlich zu machen. Und bin eigentlich mit einem breiten Engagement von der Landespolitik bis zur Stadtratspolitik, sowohl im Sozialbereich als auch im Finanzbereich, als auch beim Ausschuss für Bau, Landesentwicklung und Verkehr im Thüringer Landtag aktiv. Was wären denn die Schwerpunkte, auf denen Sie Ihren Fokus legen möchten in der nächsten Legislaturperiode? In der nächsten Legislaturperiode möchte ich mich für eine weitere Stärkung des öffentlichen Personenverkehrs einsetzen. Ich möchte erreichen, dass in Jena auch weiterhin der ICE hält. Dafür müssen wir kämpfen. Ich möchte vor allen Dingen, dass die Jena-Bahnhöfe wieder einladende Bahnhöfe werden, mit Sanitäranlagen barrierefrei. Und dass hier Stadt und Bahn sich gemeinsam engagieren. Ebenfalls ist im Fokus von mir der Wohnungsbau, vor allen Dingen der Bau von preiswerten Wohnungen. Und hier würde ich mich dafür einsetzen wollen, dass das Bündnis für gutes Wohnen, das das Land mit den Oberbürgermeistern der größeren Städte Thüringens geschlossen hat, auch wirklich umgesetzt wird. Zuerst einmal im Stadtrat ratifiziert, das ist es immer noch nicht. Und dann auch in Jena für Alleinerziehende, für Bürgerinnen mit geringem Einkommen, für Menschen, die eine kleine Rente beziehen, dass auch die die Möglichkeit haben, in Jena weiter wohnen zu können und auch ihr Wohnumfeld gemeinsam gestalten können. Wie könnte das denn konkret passieren? Sie haben ja gesagt, das ist noch nicht ratifiziert, das ist ja ein Papiertiger. Welche konkreten Schritte wünschen Sie sich da? Ich wünsche mir einmal, dass für Wohnungsgesellschaften, die preiswert bauen wollen, wie zum Beispiel die Saaletal-EG, auch wirklich Grund und Boden zur Verfügung gestellt wird. Dass nicht der doch relativ begrenzte Boden in Jena, der bebaut werden kann, meist bietend versteigert wird, wie es zum Beispiel gegenwärtig in Zwetzen mit den Studentenbaracken passiert. Also das sind Sachen, die wir in Jena vermeiden sollten. Wir sollten eine langfristige Stadtplanung betreiben und hier auch deutlich sagen, was wollen wir in den nächsten zwei, drei Jahren erreichen. Und das mit Unterstützung des Landes. Und von Landesseite aus würde ich versuchen, dort mitzuwirken. Nahverkehr ist auch eines Ihrer Thema. Sie wollen einen bezahlbaren, möglichst breit ausgebauten Nahverkehr. Frage ist da ja immer wieder der Finanzierung. Nahverkehr ist immer defizitär. Wie kann das in Ihren Augen geschehen? Klar, der Wunsch ist schön. Wie kann es umgesetzt werden, finanziell untersetzt? Also in noch nicht mal so sehr ferner Vergangenheit war der Nahverkehr doch ein lukrativer Verkehr. Es kommt immer darauf an, wie viele Menschen ihn nutzen. Klar, in der Gegenwart ist es so, dass der PKW-Verkehr hauptsächlich vorherrscht, dass nicht mehr so sehr viel Bus, Bahn oder Straßenbahn gefahren wird. Ich denke, hier können wir mit einem sehr guten Ticketangebot, beispielsweise mit einem preiswerten Seniorenticket, mit einem Kurzstrecken-Ticket noch viele Verbesserungen erreichen. Und beispielsweise streben wir thüringenweit ein Ticket für Auszubildende und wenn möglich auch für Schüler der Berufsschulen und weiterführenden Schulen mit an. Dort wollen wir erreichen, dass sie ähnlich wie beim Semesterticket der Studenten die Möglichkeit haben, thüringenweit zu ihren Ausbildungseinrichtungen und zu ihren Berufsschulen zu fahren. Trotzdem, auch wenn Sie vielleicht mehr Menschen damit erreichen, die damit fahren würden, deswegen finanziert sich der Nahverkehr immer noch nicht. Also ich kenne jetzt keine Stadt, in der 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 Nahverkehr kostendeckend arbeiten kann, auch kein Land. Wie soll das Ganze finanziert werden? Sie werden es nicht dadurch finanzieren, dass Sie die Tickets preiswerter machen? Nein, aber dadurch, dass wir mehr Fahrgäste in Bus und Bahn bringen, das ist eine Möglichkeit. Der Nahverkehr sagt ja, das Geld wird auf der Kurzstrecke gemacht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich Überlegungen anstellen, wie kann man auch den Nahverkehr anders finanzieren. Beispielsweise in Frankreich wird eine Abgabe der Betriebe erhoben, die für den Anschluss mitbezahlen. Es gibt erste Überlegungen, ob es einen Beitrag oder eine Art Nahverkehrsabgabe oder eine Flatrate für Bürgerinnen und Bürger gibt, die ein gutes Nahverkehrsangebot haben. Also da gibt es schon Berechnungen des Deutschen Institutes für Urbanistik und das sollte man sich ansehen. Also der fahrscheinlose Nahverkehr ist eine Überlegung, die wir bei einem Gesamtverkehrsverbund für Thüringen doch anstellen sollten. Also zum Verständnis quasi, jeder Bürger gibt eine monatliche Abgabe, wodurch der Nahverkehr zusätzlich finanziert wird und kann dadurch dann ohne Fahrschein nutzen und bezahlt prinzipiell aber erstmal, egal ob er nutzt oder nicht. Das wäre eine Möglichkeit, aber das muss man natürlich mit allen Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Sie müssen ein Angebot vorfinden, das Sie auch nutzen wollen. Es geht natürlich nicht, wenn der Bus einmal pro Woche oder früh im Schülerverkehr nur in den ländlichen Gemeinden vorfährt. Also hier muss man Überlegungen anstellen, wie man gleichzeitig das Angebot verbessert und gleichzeitig mit den Bürgerinnen und Bürgern diese Diskussion führt. Eine Frage, Sie haben gerade gesagt Verkehrsverbund. Nun gibt es ja den Verkehrsverbund Mittelthüringen, VMT. Wie stehen Sie dem gegenüber? Hat der eine Zukunft oder sollte der eher abgeschafft werden? Der Verkehrsverbund Mittelthüringen ist ein Unternehmensverband. Und so ist auch seine gesamte Preisgestaltung und auch seine Unternehmensstruktur aufgestellt. Es ist ein Schritt zu einem einheitlichen Verkehrsverbund für Gesamtthüringen, auch für eine Kooperation mit den anderen Bundesländern, beispielsweise dem Verkehrsverbund Mittel-Sachsen, wo Altenburg mit angeschlossen ist. Aber ich denke, hier sollten sich die Landespolitik, die Städte und Gemeinden, die Landkreise noch mehr zusammentun, um eine Preisstruktur und ein Angebot für ganz Thüringen zu entwickeln. Nur dann macht es Sinn. Nur dann fahren mehr Bürgerinnen und Bürger mit Bus und Bahn und auch mit der Straßenbahn. Wenn sie sich dort kundenorientiert, preisbewusst und auch preiswert bewegen können. Anderes Thema. Bürgernähe der Politik. In Jena wurde es ja in der letzten Zeit etwas mehr praktiziert. Sie würden auch gern mehr Einflussmöglichkeiten der Bürger auf Landesebene haben. Wie würden Sie, oder könnten Sie sich das vorstellen? Das fängt mit ganz einfachen Sachen an. Beispielsweise, dass die Ausschüsse des Thüringer Landtages öffentlich tagen. Das ist weiterzuführen mit der Frage, dass bei entscheidenden landespolitischen Fragen die Bürgerinnen und Bürger auch landesweit befragt werden. Dass sie eingebunden werden in Entscheidungen und wesentlich mehr eingebunden werden auch in Gesetzesvorschläge. Selbstverständlich werden der Städte- und Gemeindebund und auch die entsprechenden Verbände angehört. Aber wir müssen uns auch überlegen, wie wir die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Einzelmeinung noch mehr zu Wort kommen lassen. Ein Schritt ist das Online-Verfahren des Thüringer Landtages. Dort können bei vorgeschlagenen Gesetzentwürfen sich die Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Aber selbstverständlich muss das noch wesentlich mehr praktiziert werden. Und auch die Abgeordneten vor Ort mit ihren Bürgersprechstunden, mit ihren Aufstellungen, mit ihrer gesamten politischen Ausstrahlung haben dort eine große Verantwortung. Auf Ihrem Wahlplakat steht Thüringen Sozial regieren. Und Sie haben das ja schon am Anfang gesagt, Sie sind eine Frau, die sich sehr viel sozial engagiert. Ich habe einfach mal nachgeschaut, Mieterschutzbund, Frauenhaus, Jena Bündnis gegen Sozialabbau. Sie trainieren eine Schwimmgruppe. Da sind Sie den Menschen eigentlich ganz nah. Mit welchen Problemen, welche Wünsche und Sorgen erfahren Sie da? Bei Jena Frauenhaus haben wir uns mit vielen Problemen der Unterdrückung von Frauen, struktureller Gewalt, ihrer Benachteiligung in manchen Familienverbänden, in Betrieben mit der Frage beschäftigt, warum verdienen Sie immer noch wesentlich weniger als Kollegen in den gleichen Berufen. Dann ein Thema ist auch die Verkehrswacht. Ich bin Vorsitzende der Landesverkehrswacht Thüringen e.V. Also hier sind speziell Fragen der Verkehrssicherheit vor Schulen, vor Kindereinrichtungen, auch Fragen des Tempolimits in Städten und Gemeinden und natürlich auch die beliebte Frage des Blitzens und der Verkehrskontrollen. Verkehrskontrollen durch die Polizei halte ich für sehr notwendig, aber auch der Verkehrserziehung ein Thema, mit dem ich mich befasse. Und das Schwimmen, gut, ich habe früher mal selber am Training teilgenommen in Rostock im Schwimmverein und habe das dann mit einem Übungsleiter beendet, habe dann einen Trainerschein im Laufe der Zeit gemacht und das ist für mich eine ganz beliebte Freizeitbeschäftigung. Und was nehmen Sie daraus mit? Sonntags von 19 bis 20 Uhr. Ja, zumindest den Auftrag, dass jener eine neue Schwimmhalle braucht. Ein 50-Meter-Becken und mehr Möglichkeiten für Kinder, das Schwimmen zu erlernen. Es sind sehr viele Kinder interessiert, aber wir haben nicht die Möglichkeit, alle aufzunehmen. Auch wieder eigentlich ein gutes Beispiel. Sie sagen, was schön wäre. Ich glaube, ich werde Sie ganz viele Menschen finden, die Ihnen zustimmen. Kommen wir immer wieder zur Frage der Finanzierung. Und wann immer die Linke in Regierungsbeteiligung war, wurde sie relativ schnell von der Realität eingeholt. Zumindest in den verschiedenen Bundesländern, wo sie daran beteiligt war. Wie glauben Sie denn, wenn die Linke tatsächlich jetzt mit einer Regierungsbeteiligung hätte, wie können Sie Ihre Wünsche dann auch in die Realität umsetzen? Frage immer wieder der Finanzierung. Sie können nur eine Schwimmhalle bauen, wenn das Geld dafür da ist. Sie können nur einen entsprechenden Nahverkehr anbieten, wenn das Geld dafür da ist. Sie können nur sozialen Wohnungsbau machen, wenn das Geld dafür da ist. Es sind ja, wie gesagt, viele Wünsche, viele schöne Dinge, wo immer wieder die Frage steht, wie kann es finanziert werden? Wie? Ich will mal mit einem kleinen Schlenker anfangen. Wenn wir nicht 6,4 Millionen für den Baufusch am Galaxy finanzieren müssten, hätten wir wahrscheinlich schon fast den Bau einer neuen Schwimmhalle realisiert. Aber das nur am Rande. Wir haben in den letzten Jahren gerade in der Landtagsfraktion uns sehr bemüht, realistische Vorschläge zu machen. Ob es das Schulinvestitionsprogramm für ganz Thüringen war, ob es die bessere ÖPNV-Finanzierung war oder der barrierefreie Ausbau von Bahnhöfen und Bushaltestellen oder ob es die Kita-Finanzierung war und die Frage der Bildung, die uns besonders am Herzen liegt, gemeinsam mit demokratischer Teilhabe und Chancengleichheit für alle Bürgerinnen und Bürger. Wir haben dort sehr genau geschaut, wo können wir Geld umlenken. Das ist die eine Frage. Wo können wir aber auch sowohl Schulden abbauen als auch gleichzeitig den Bund, beispielsweise bei Kali und Salz, viel stärker an der Finanzierung beteiligen. Hier hat Thüringen enorm schlechte Verträge abgeschlossen. Also es gibt einiges, was wir dort vorweisen können. Wir haben das auch bei den letzten Haushaltsdiskussionen schon mal gezeigt, dass wir uns auf Schwerpunkte konzentrieren, dass wir nicht alles gleichzeitig machen können und dass wir aber auch sagen, woher wir das Geld nehmen wollen. Kommen wir, und da bleiben wir ja eigentlich dabei, auf Thüringen nach der Wahl. Ist für Sie ein Ziel Rot-Rot-Grün unter einem Ministerpräsidenten Ramelow oder anders gefragt? Viele Wähler sind unentschlossen. Ist es denn 25 Jahre nach der Wende Zeit, die Linken an der Regierung zu beteiligen, in die Pflicht zu nehmen, in die Verantwortung zu nehmen? Ich glaube, es geht nicht nur um eine Regierungsbeteiligung und einen Wechsel von Personen, sondern unsere Überschrift, mit der wir angetreten sind, heißt ja Thüringen Sozial regieren. Wir wollen einen Politikwechsel erreichen und darum bitten wir sowohl um Ihre Erststimme als auch Ihre Zweitstimme. Können Sie sich aber, also Sie gehen davon aus, Sie sind so weit und Sie wollen auch ganz klar sagen, Ihr Ziel ist es, Politik wechseln in Thüringen mit einer Linken in Regierungsbeteiligung. Ja, das ist unser Ziel. Wir haben auch ein Programm vorgelegt, das sich darauf konzentriert, das sowohl im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Bildung, im Bereich der demokratischen Teilhabe, aber auch im Bereich Kultur, Soziales und Bildung Vorschläge macht für ein wirklich sozial, demokratisch und chancengerechtes Thüringen. Ich würde gerne nachfragen, wo wären Sie kompromissbereit, bei welchen Punkten und bei welchen Punkten überhaupt nicht? Wir haben auch einige Vorschläge schon mit aufgeschrieben, welche Punkte für uns diskussionswürdig sind. Das betrifft meinen Bereich beispielsweise Bau, Landesentwicklung und Verkehr, ebenso wie den Bereich Bildung, wie den Bereich Soziales oder Finanzen. Also nicht kompromissbereit sind wir bei Fragen, die die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern an der Politik betreffen. Hier wollen wir eine großmögliche Bereitschaft aller und auch Beteiligung aller. Wir wollen gleichzeitig, dass die Bildung von Kita über Schule im Mittelpunkt unserer zukünftigen Arbeit steht. Und wir wollen natürlich, dass auch die Thüringerinnen und Thüringer auf dem Gebiet der Sozialpolitik einiges wieder zurückbekommen von dem, was sie auch leisten. Für uns sind Mindestlohn, das ist jetzt schon angenommen, gerechte Löhne nicht verhandelbar. Dort muss eine Entwicklung stattfinden. Wir wollen gleichzeitig ein Programm, das von vornherein beispielsweise die NPD verbietet, das Demokratie fördert und das Rechtsextremismus in Thüringen verhindert und bekämpft. Wir sind gleichzeitig dafür, dass wir jedem Kind die Chancen auf eine gute Bildung ermöglichen, dass wir die Inklusion in den Schulen und auch den Ausbau der Gemeinschaftsschulen weiter vorantreiben wollen. Und wir wollen natürlich einen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. Das heißt also, dass wir auch die Fragen des Naturschutzes mit in den Mittelpunkt unserer zukünftigen Arbeit stellen wollen. Es gibt eine ganze Menge von Punkten, wo wir kompromissbereit sind. Das ist sicherlich über die Länge der Wegstrecke, bis wir zu kostenlosen Kitas kommen, zu gebührenfreien. Auch darüber, wie wir die Politik gestalten wollen. Aber in den Fragen soziale Gerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit und Demokratie haben wir Grundsätze, die wir nicht verhandeln möchten. Okay, Frau Lukin, haben Sie jetzt mehr oder weniger alles zusammengefasst. Wir sind jetzt schon am Ende unserer kleinen Runde. Wir danken, danke, dass Sie da waren. Ich bedanke mich ebenfalls ganz herzlich und wünsche und hoffe, dass am 14. September alle Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gehen. Wir sind jetzt schon am 13. September alle Bürgerinnen und Bürgerinnen und Bürgerinnen und Bürgerinnen und Bürgerinnen und Bürgerinnen und Bürgerinnen,